Oh Gott... Wir speichern jetzt einfach mal und riskieren das Ganze. Ich kann da schon fast um die Ecke gucken. Ah, da ist die Tür zu dem Raum. Hey, da muss hier so kacke um die Ecke stehen, ne? Nachtsichtgerät, ne? Oh, nicht schlecht. Ähm, ne? Sieht er wenigstens mal ein bisschen besser hier. Oh Gott... Oh, das ist echt, das ist der totale Kack hier. Eigentlich brauche ich sie da zum Schießen hier unten. Aber den scheinen wir ja nicht reingelockt zu kriegen. Ist das kacke! Wir sehen den immer noch nicht. Na klar. Was haben die eigentlich die ganze Zeit mit diesen Kack-Messern? Ja. Du kannst den auch messern, wenn du wolltest. Aber... Schaden 18, das klingt jetzt auch nicht so. Okay, das war jetzt ein bisschen praktischer. Ah, ne Pistole. Ist das nicht toll? Also jetzt müssten die ja theoretisch von hinten, äh, langsam... Ach, du bist überfüllt. Oh, Hohspitz-Munition. Ähm... Geht nicht. Ich genug Aktionspunkte, ich glaub. Das ist der Kack-Schlagring, ne? Kein Mensch braucht ein Schlagring. Oh, hier ist ein Klo. Ja, verarzt dich mal im Klo. Ähm... Okay, selbst die Schüsse scheinen hier niemanden rauszulocken. Ähm... Schauen wir uns nochmal eben hier im Klo um. Nein, im Klo versteckt sich auch niemand. Gut, es kann uns jetzt zumindest keiner mehr theoretisch in den Rücken fallen. Ähm... Das macht es jetzt nicht unbedingt besser. Aber... Naja... Okay. Wir können uns ja mal ein bisschen voranschleichen. Übrigens nie schlau, während die noch Aktionen auszuführen, zu speichern. Weil, ne? Okay. Du hast ein Nachtsichtgerät, ne? Also eigentlich müsstest du ja vorgehen. Äh... Wo ist es jetzt hin? Achso, okay. Robbt er sich hier seinen Weg? So. Barry zieht mal nach. Ja. 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 Komm langsam zum Buffet! Ja. 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 Ähm... Aber Banz hört schon... Wann ich kann grad sagen, Banz hört ja schon gar nix mehr, ähm... Ähm, aber... Süüüüüdwesten... Also wirklich hier in dieser Region. Ob das es bringt, wenn man auf dem Dach Lärm macht, das weiß ich jetzt natürlich gar nicht. Schauen wir mal, ob das es bringt. Hier, Grizzly und so. Gott. Die Tür ist zu. Also war hier gar keiner drin? Oder hat die Tür hinter sich wieder zugemacht? Okay, die sind genau hinter der Tür. Ja. Shit. Ja. Ja. Bin jetzt gerade nicht so scharf, diese Tür aufzumachen. Ähm. Willst du dich mal in die Richtung drehen? Aber wenn die ja halt nicht selber rauskommen, kann ich ja auch nichts machen, ne? Ich habe etwas gehört. Ja, also es ist alles unter dir hier. Ja. Und ja. Ja. Deutlich von Westen. Deutlich hinter der Tür. Aber so scheinbar hat trotzdem noch keiner kommen. Okay. Los, öffne diese verkackte Tür. Kommt und holt mich. Was war das? Wieso hört sie denn was von so? Ach, sie hört das schon wieder aus diesem... ...diesen Dings, ne? Ja. Wir können jetzt eigentlich mal die Tür zumachen. Ich habe etwas gehört. Und mach mal zu, weil... ...weil wegen und deshalb. Ah, okay. Es sieht nicht danach aus, als würden die irgendwelche Anstalten machen, die Tür zu öffnen. Das heißt, äh... Ja. Wir haben mal wieder die Arschkarte. Und Grisly muss sich leider wohl opfern. Das ist ja so klar. Bip. Am besten sogar hier hin. Oh, kannst du nicht drehen? Okay. Da geht der weg! Da geht der weg! Ich glaub's nicht, da geht der weg, als statt hierher zu kommen. Musst mich doch verarschen, oder? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir unsere Feinde versteckt im Gebüsch verlassen haben. Hat der uns nicht gesehen, oder was? Vielleicht... Verdammt in der Hölle! Ach, ich kann hier überhaupt nicht genau erkennen, was hier Tür ist und was nicht. Oh Gott. Oh, toll. Oh, ein Tagungsraum. Aus dem immer ganz viele Geräusche kamen. Oh, und die scheinen hier... Oh, das ist alles alarmgesichert, ne? Ich glaub, dabei hätten wir die Karte gebraucht. Holt nochmal jemand die Karte? Ja. Ist gut. Oh, shit. Ich wette, hier ist irgendeiner drin. Was war das? Ja, genau. Da ist garantiert einer drin. Weil hier kann ja nicht... Konrad! Hey, Konrad! Lauf einfach an mir vorbei! Warum auch nicht? Konrad können wir, wenn wir genug Führungskraft haben... Übrigens, rekrutieren. Banz, hört ihr was? Ich find's ja geil, dass er einfach an uns vorbeigeht. Aber ist Konrad jetzt da mit dem Gegner mit drin? Oder war das die ganze Zeit Konrad? Oder wie ist das Ganze hier? Hier, hol dir mal die Codekarte. Ja, das ist schön, Ava. Jetzt kannst du dich wieder auf den Weg noch da machen. Darfst auch ruhig etwas lauter sein. Darfst auch laufen. Oh, da ist wieder Konrad gewesen. Äh, nee, die solltest du nicht zumachen. Eigentlich solltest du die andere zumachen, aber... Ach, nichts. Kann ja mal passieren, also... So, jetzt hock dich mal bitte hier wieder hin. Oder setz dich da hin. Wer hat auf dem Weg drüben erschossen. Nee, okay. So. Okay. Konrad ist da drinne, aber ist da noch jemand drinne? Wir speichern, gucken kurz rein. Äh, jetzt haben wir nur Konrad drin. Fuck. Müssen wir mich jetzt verarschen. Äh, können wir den jetzt eigentlich schon rekrutieren oder nicht? Hier, du hast doch Führung... Führung 62. Okay. Die Frage, ob sie hier jetzt... Äh... Gesund reinkommt. Kann aber auch sein, dass er uns sagt, äh, nee, äh, jetzt hier so gerade Kampfreden ist nicht so. Ähm, deswegen speichern wir vorher mal. Hier, wo ist er denn? Da ist er. Ähm... Können wir dich mitnehmen? Du wirst dich an diesen Tag als deinen Klicksten erinnern. Der Job, den du anbietest, interessiert mich. Allerdings die Talente eines Mannes wie Lieutenant Konrad Silent haben ihren Preis. 5.500 pro Tag? Na, ich weiß, wenn wir gleich Sterben schicken, ne? Oh, ist das teuer, Junge. Sehr gut. Nun, du hast jemanden, der fähig ist, Team zu führen und auszubilden. Schön. Ähm, wie viel Geld haben wir jetzt noch? Okay, wir haben nur 21.000. Achso, nee, hier. Konrad ist, äh, scheinbar, ne? Oder auch nicht. Ähm. Aber Konrad hat eine supi Waffe. Oh, ein bisschen Geld bringt er auch mit, ne? Außerdem hat er hier so ein bisschen Muni und alles. Gut, äh, da kannst du... Kannst du dir ja gleich mal hier nützlich machen. Oh, schie. Genau. Mach dich mal nützlich, bitte. Na komm. Na komm. Wieso horn die immer alle ab? Warte, die nicht auf mich zu... ...laufen? Wie jeder normale Mensch das tun würde. Übrigens eine extrem leise Waffe, die er da benutzt. Ja. Mit dem neuesten Schalldämpfer-Modellen. Ähm, ne? Verdammt. Oh, der hat auch ne große Waffe. Also ich werd nach diesem, nach diesem Sektor so viel Zeit verplempern, damit meine Leute alle wieder zu heilen, ne? Könnt ihr aber... ...von ausgehen. Ja. ...darauf, uns zu überraschen. Okay. Oh, shit. Es geht los. So, trefft ihn bitte. Danke. Danke. Shit. Oh Gott, außer Reichweite. Oh, der haut einfach ab. Ja. Ich versteh das nicht. Klingt ein bisschen wie die Ratte von Erben der Erde. Ja. So, ich hoffe jetzt, dass... ...wenn da jetzt einer von der Seite kommt. Ah, genau, das mein ich. Ja, du kannst nix tun. Noch irgendjemand unterbrechen? Ja. Was habt ihr immer mit eurem Kackmesser? Das gibt's doch nicht. Was ist die Tui mal im Gefallen? Er schießt noch deinen eigenen Typen. 71 Schaden, das ging ja mal glatt durch. Ähm. Guck dir wieder in die Richtung. So, Aira, du kannst hier gleich mal den Medi spielen. Ja. Achso, der kann nix tun. Irgendjemand verblutet da? Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Danke. Jetzt steh ich doch wieder in der offenen Tür, ne? Ja, war klar. Ja. Ja, Barry hat lange nix mehr gemacht. Gerade eben, er ist bewegt, aber er hat lange nix mehr gemacht. Was ist das blockiert? Achso, er steht im Weg. Das ist doch super. Phänomenal. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie weg sind. Es gibt Ärger. Ähm. Ja, bin ich jetzt dran, oder wie ist das? Ähm. Wir haben hier eine Uhr, die sich bewegt. Aber ich bin noch nicht dran. Sag mir, das Spiel hat sich auch geändert. Ich hab vergessen, zwischenzuspeichern. Arrgh. Jetzt geht's. Jetzt mal ein bisschen aufregen. Geht halt schon alles. So, machst du den jetzt mal fertig? Dankeschön. Wunderbar. So. Mrs. Doktore. Ist, glaub ich, nur noch einer da. Oder zwei. Mach mal hier die Tür zu. Ich hab ein bisschen Angst, dass von mir irgendwas kommt. Das kann ich nicht gebrauchen. Ich hab's. So. Die Karawane zieht weiter. Ja. Ja. Hier. Etwas gefunden. Da ist noch irgendein Sergeant. Oh, hier waren wir ja noch überhaupt nicht. Da ist ja auf jeden Fall noch einer. Und ich will gar nicht wissen, ob hier noch einer drin ist. Ja. Ja. Hier. Ja. 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 Und mit dem Sergeant reden, bestimmt, oder? Doktor. Ah, okay. Oh, war so klar. Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. So ein Scheiß. Ich wusste doch, dass der Typ da ist. Jetzt kannst du dich selber verarzen. Ja. 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 Und wie genau kommen wir jetzt an den ran. Der ist Erfahrung 5. Ich denke mal nicht, dass der da irgendwie eine Unterbrechung kriegt, bevor der von dem abgemurkst wird. Oh, hier ist, glaube ich, auch noch irgendein Obermacher drin. Eww. Oh Gott. Ähm. Was machen wir denn mal? Was ist denn, wenn ich das hier aufmach? Hier sind noch ein paar Sachen drin. Oder gar nichts. Ist das ein Verhörraum oder was soll das hier sein? Ah, das ist jetzt blöd mit dem Typen. Ich weiß nicht, wie ich an sich her rankommen soll. Ist das der Alarmknopf? Den wollen wir natürlich auch nicht unbedingt auslösen. Ähm. Ah, hier ist auch noch einer. Es ist voll blöd, dass er jetzt auch schon wieder so angeschlagen ist. Muss ich gar nicht so irgendwie hier, ne? Bewegen. Du hast uns gerade voll genatzt. Die Tür kann ich auch nicht aufmachen, weil der dann uns auch sofort erschießt. Schätzungsweise. Oh, hier ist bestimmt auch noch einer drin. Ich sollte mal wieder richtig zwischenspeichern. Hallo? Wo? Ist irgendeiner? Nein? Okay. Ähm. Ja. Ah, okay. So geht's auch. Wir treffen. Dummkopf. Sprache und schoss daneben. Okay, er ist jetzt auch weg. Hier, er ist jetzt auch weg. Aufpassen, auf mich hören. Kannst du dir noch mehr verarzen? Eine richtige... Okay. Kommen wir jetzt mit dem Reden? Befehle fangen! Ja? Jawohl! Geh halt da hin. Ja. 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 Hatte ich keine Wahl. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. So, hat der gute Mann... Ja, der hat doch mal was Gutes dabei. Okay. Ja, du. Kannst dir gleich mal holen. Okay. Dann lassen wir ja.